Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin heute hier mit dem lieben Tim vom Kanal Tim H Music. Den könnt ihr euch auch mal angucken, habe ich unten verlinkt. Wir sind heute hier und machen eine Song Impro Challenge, die wir uns eventuell selber ausgedacht haben. Ja was heißt eventuell? Wir haben uns das selber ausgedacht, aber vielleicht gibt es die ja doch schon irgendwo. Wir haben es nur nicht gefunden. Ja, wir haben ein paar Wörter auf Zettel geschrieben. Die hat Tim jetzt in der Hand, wird mir die nachher zeigen und ich versuche da mal irgendwie so einen Song draus zu basteln. Ich kann nicht garantieren, dass das gut wird. Wir haben es gerade ehrlich gesagt schon mal aufgenommen. Ja, was mache ich damit? Das ist echt ein Scheißwort. Es dauerte so eine Minute, das war ein bisschen mickrig und deswegen versuchen wir es jetzt einfach noch. Ein paar mehr. Gucken, wenn es zu lang wird, aber das bezweifle ich. Nein, nein, nein. Zu lang wird das nicht. Es sind maximal zehn, zwanzig, dreißig. Gehen wir hin. Wird schon cool. Ja, gut. Vielleicht sing ich ja mit. Ich fahre gerne mit dem Bus und hier ist noch nicht Schluss. Manchmal schaue ich dabei gerne aus dem Fenster und sehe dabei meine Schildkröte vorbeilaufen. Oder kriechen. Aber manchmal fahre ich doch gerne mit dem Auto, mache dann das Autoradio an und singe mit. Ich weiß nicht, ob das geht. Der Tim, das habe ich eben erfahren, der trägt sehr gerne Eistee, das ist klar. Ja. Oh ja. Früher wollte ich gern mal Tropäte spielen lernen, allerdings habe ich es dann einfach halt doch nicht gemacht. Eben kam ich hier an und hab geklopft, da war der Tim ein bisschen erschrocken, denn er war noch in der Badewanne. Ja, ja. 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 Außerdem spiele ich sehr gerne Playstation. Na na na. Manchmal benutze ich auch ne Bohrmaschine. Obwohl, ne, eigentlich habe ich noch nie eine benutzt. Ich benutze nie. Ja. Bohrmaschine. Wenn ihr wollt, folgt mir. Doch gerne auf Snapchat. Ich mach da zwar nicht viel, aber... Kevin folgt mir. Nein, eigentlich nicht. Obwohl, vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch einen Follower, der Kevin heißt. Vielleicht auch manche, die noch im Kindergarten sind. Obwohl ich nicht glaube, dass die im Kindergarten schon ein Handy haben. Ich hoffe es zumindest nicht. Vielleicht haben die ja mittlerweile sogar schon Facebook. Und später. Wenn ihr wollt, dann folgt doch auch unverhofft. Von Facebook oder keine Ahnung wo. Aber ich denke, vielleicht hat er einen kleinen Vogel. Aber das macht nichts. Das ist ja eigentlich ne gute Sache, ne? Ja. Ja. Du Otto. Du musst einen anderen Akkord rein spielen. Sonst geht das hier nicht mehr. Habt ihr schon mal ein Eichhörnchen gesehen? Vielleicht auch aus Versehen? Die tragen sehr selten Sandalen. Aber ihr könnt sie ja mal mit Sandalen malen. Das wird mich freuen und dann schickt ihr mir das Bild auf Facebook oder so und damit ist hier auch schon Schluss, weil die Lia jetzt nach Hause muss. Ja, das war's auch schon mit dem Video. War jetzt irgendwie nicht so lang, glaub ich. Ne, glaub nicht. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben dalassen und vielleicht beim Tim auf dem Kanal vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video mal so hier irgendwo und dann könnt ihr da mal drauflegen. und dann könnt ihr da auch noch mal einen Daumen lassen und euch seinen Kanal angucken. Er macht auch coole Sachen. Musik und so. Musik und so, genau. Ja gut, ansonsten, wenn ihr abonniert habt oder es jetzt noch tut, zieht man sich Samstag oder irgendwann anders. Genau. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Das ist, nicht mir gefällt die Akkordline wirklich. Ja. Aber ich mach sowas nicht. Ah, das ist gut. But today is gonna be the day that you brought back to me. Genau die. Die ist gut, die ist gut. Ja, okay. Aber die ist gut, die ist gut. Ja, das ist echt gut. Ja, das ist echt gut.